Wir haben einen Granatenkoffer mitgebracht, ja? Hallo, Granada Basta, Granada Basta! Zwei Stunden später, Granada Basta! Heute in der russischen Armee, wir lernen heute, wie man eine Granate wirft. So, dann kommen wir bei der LKW vorgefahren. Oh shit! Oh shit, Squat! Oh shit, Squat! Nüsst du! Noch einer! Arschlöcher! Mich voll hart bullying einfach, was soll das? Ein HP! Ein HP! Gut, dass ich einen M4 mit dabei gehabt habe. Der hat voll durch die Wand gesprayt, der hat gemeint, der kriegt mich durch die Wand. Aber ich glaube, da ist schon noch einer. So übelst krasse Legs. Uh, AK! Das ist ekelhaft. Ich muss die Jungs schnell lupen. Da ist die Magazin, da sind ich mich am Arsch. Da ist die Magazin, da sind ich mich am Arsch. Ich gehe zum Beispiel. Das ist die Anfang. Da ist die Anfang. Ich schlag mich am Arsch.